Da ist er, der Chintamani-Stein. Wir sind tatsächlich die Ersten. So wunderschön. Ja, unbeschreiblich. Los, zerstören wir ihn und hauen schnell ab. Warte. Irgendwas stimmt nicht. Was meinst du? Marco Polo lag falsch. Das ist kein Saphir, das ist Bernstein. Bernstein. Ja, weißt du, versteinertes Harz. Es ist Baumharz. Warte mal. Was ist denn? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Hallo, Nate. Ich hasse es, wenn er das macht. Wem sagst du das? Wie konnte ich das übersehen? Was übersehen? Es ist kein richtiger Stein. Nein, es ist das Harz. Das Harz vom Baum des Lebens. Okay, warte. Ich komm nicht mit. Dieser Baum? Nein. Der Baum. Da ist er. Lazarewitsch. Er will auch zu dem Baum. Aber klar, die schwarzen Zähne. Was? Die schwarzen Zähne der Wächter und der Leichen in Borneo. Sie haben das Harz gegessen und es hat sie verändert. Glaubst du, auch Lazarewitsch will das Harz essen? Willst du wirklich hier warten und es rausfinden? Bravo, Sherlock. Gut gemacht. Flynn? Verdammt. Oh, Harry. Was los, Kumpel? Enttäuscht, dass Lazarewitsch vor dir da war? Du hast ihn knapp verpasst. Ich wollte noch warten, damit du bei meiner Party dabei sein kannst. Wovon redest du? Vielleicht wolltest du so ran, dass die ganze Zeit, hm? Der ist schlauer, als er aussieht. Wir können ihn noch aufhalten. Elena, nicht. Nein, wir können dir helfen. Sorry, Süße. Das ist kein Film. Und du bist nicht die Heldin, die den Bösewicht bekehrt und alle rettet. So läuft das nun mal nicht, Baby. Flynn, hör mir zu. Abschiedsgeschenk von Lazarewitsch. Den Splint hat er behalten. Elena, weg da! Nein. Oh, scheiße. Elena! Okay, dir geht's gleich besser. Los, verbring dich hier raus. Haltet Lazarewitsch auf. Geht jetzt. Vergiss es. Na los. Oh, scheiße. Okay, ich hab sie. Gib uns Deckung. Schneidet ihnen den Deck ab. Okay, Dada.